Hi Leute! Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video von mir. Jetzt gab es schon länger kein Video von mir mehr, weil ich hatte ein kleines Problem mit meiner Kamera und der Emil hatte Grippenferien und es ist gar nicht so einfach ein Video zu drehen, wenn so eine kleine Zwettke ständig durchs Bild läuft oder reinquatscht oder mich von der Kamera wegzieht. Aber jetzt habe ich mal wieder Zeit gefunden für euch zu drehen und ich würde euch heute gerne meine Monatsfavoriten vom August zeigen. Ich habe wieder ein paar coole Sachen aus dem Bereich Beauty, Accessoires und ja so nützliche Alltagsgegenstände. Und ja, wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dabei. Mein erstes Produkt, was ich euch gerne zeigen möchte, ist was recht nützliches, gerade weil man sich auf den deutschen Sommer nicht so gut verlassen kann. Ich benutze es schon seit längerem. Und zwar ist es von Sandro P. ein Selbstbrunner. Die Wasche ist super, die passt gar nicht aufs Bild. So viel brauche ich. Der Selbstbrunner von Sandro P. ist ziemlich cool. Ich habe mir das Mousse gekauft, mit dem komme ich am allerbesten zurecht. Ich benutze es meistens mit so einem Einweg-Handschuh. Es gibt aber auch so Handschuhe, die man sich kaufen kann, die man dann in die Waschmaschine reinstecken kann. Da habe ich jetzt noch keine Erfahrungswerte, aber das soll auch ganz cool sein. Das Coole an dem Mousse ist, dass es schon gebräunt ist. Das heißt, man sieht quasi, wo man es hinschmiert. Und wenn man irgendwie was zu viel hat oder sich Flecken bilden oder so, würde man es schon beim Einschmieren sehen. Und es gibt, finde ich, ein ganz natürliches Ergebnis. Und ja, es riecht schon nach Selbstbrunner. Ich finde, es stinkt nicht so extrem wie manch anderer Selbstbrunner. Und, also wie gesagt, den benutze ich schon seit längerem. Und dann habe ich mir noch ein neues Produkt gekauft, was ich auch ziemlich gut finde. Und zwar ist es auch von Santropé. Das ist so ein Selbstbrunner-Öl. Das ist vor allem fürs Gesicht. Man kann es auch in die Tagespflege mischen. Das ist mit so einem Applikator. Da ist es, wie fette. Und ja, wenn man sich das jeden Abend oder so immer ein bisschen aufs Gesicht schmiert und auf der Container, dann hat man nach und nach eine schöne, gleichmäßige, angenehme Sommerbräune. Wer meinen Blog oder auch so meine sozialen Netzwerke schon länger verfolgt, der weiß auch, dass ich seitdem ich schwanger war, nicht mehr so richtig braun werde. Deswegen schmier ich mich recht oft mit dem Selbstbrunner ein, dass ich auch so ein bisschen Sommerfeeling habe. Das ist mein erstes Favoritenprodukt vom August. Und als nächstes kommt auch ein Beauty-Produkt. Und zwar ist es eine Foundation. Ich benutze ja eigentlich immer nur flüssige Foundations. Und jetzt habe ich eine Puder-Foundation für mich entdeckt. Und zwar ist es von Bare Minerals. Die Original Foundation mit einem Lichtschutzfaktor. Ich habe die jetzt in Medium Beige. Und ich finde, dass die ganz gut zu mir passt. Trotz, dass ich trockenbe Haut habe, ist es nicht so, ja, wie soll ich sagen, so krümelig, wie sonst bei den Puder-Foundations. Und ich nehme dazu immer so einen Kapuki-Pinsel. Und ich habe da jetzt neu einen Geschick bekommen von Da Vinci. Der guckt so aus. Und der ist perfekt. Der ist ganz weich. Und, ja, den kann man so perfekt über das ganze Gesicht verteilen. Ziemlich handlich. Und mit dem ist es super, diese Foundation aufzuteilen. Wenn ich nur ein bisschen mich schwingen will, dann nehme ich nur diese Puder-Foundation. Was ich ganz cool finde, ist, dass man die Deckkraft von der Foundation variieren kann. Je nachdem, wie oft man drüber geht. Also wenn man jetzt zum Beispiel hier, ich habe am Kinn öfter mal so umreine Stellen, dann gehe ich da einfach ein bisschen mehr drüber. Und auf den Backen will ich weniger zum Beispiel haben. Auf der Stirn will ich wieder ein bisschen mehr haben. Dann kann ich öfter auf die Stellen drüber gehen, wo ich ein bisschen mehr haben will. Das finde ich ganz cool. Und wenn ich mich mal zu einem gewissen Anlass oder so ein bisschen mehr schminken will, dann mache ich auch manchmal nur eine normale Foundation. Meine Flüssig-Foundation? Nein, meine Flüssig-Foundation. Flüssig-Foundation mache ich drunter und fixiere die nochmal mit ein bisschen cooler Foundation. Das ist natürlich dann schon ein cooler Deck. Als nächstes habe ich noch ein relativ günstiges Produkt für mich entdeckt. Und zwar ist es von NYX. Das ist dieser Liquid Illuminator. Den gibt es ja jetzt bei Douglas. Also NYX gibt es ja jetzt bei, ich weiß nicht, auch nicht bei allen, aber bei ausgewählten. Auf jeden Fall bei uns in Nürnberg gibt es einen. Und ja, man kann es verwenden als Highlighter. Es hat eine wahnsinnig schöne Schimmerkraft. Man kann aber auch von dem Produkt... Ich schmier mir da mal was hin. Nein. Nein. Hier. Man kann auch das einfach in seine Foundation oder mit seiner Foundation mixen. Und dann hat man so einen, ja, so einen ganz natürlichen, richtig schönen Glow. So, so kommt das Ganze aus. Auf jeden Fall ein sehr preiswertes, sehr schönes Produkt. Als nächstes würde ich euch gerne, ja, Amerika-Schmuckstücke zeigen, die ich nicht nur im August, sondern auch schon davor eigentlich immer getragen habe. Ich hatte ja auf meinem Blog auch ein Gewinnspiel. Und zwar konnte man von Tomas Savo das Lovebridge-Armband gewinnen mit einer Gravur der Wahl. Und es ist auch eins meiner Favoriten. Das habe ich von Tomas Savo geschickt bekommen und ich liebe es. Ich habe mich so gefreut. Ich habe hier die Initialen von dem Emile mit meinem Mann rein gravieren lassen. Und das ist wirklich der perfekte Begleiter für jeden Tag. Und genauso wie das Ergner von Tomas Savo. Also ich habe ja hier über meinen Verlobungsring, glaube ich, noch einen José-Golden Ring. Und hier an meinem Zeigefinger trage ich auch so ein bisschen einen Spitzenring in José. Und hier über meinem Ehering habe ich noch so einen kleinen, feinen Ring. Also ich liebe die Ringe von Tomas Savo total, weil man die im Alltag super kombinieren kann. Und auch, ja, sagen wir mal, sie sind relativ erschwinglich im Vergleich zu anderen Schmuckmarken. Mein nächstes Lieblingsstück ist auch ein Schmuckstück. Ich trage ja eigentlich lieber Armbänder und Dringel oder beziehungsweise mehr Armbänder und Dringel und selten Ketten. Aber so kleine, feine und zarte Ketten mache ich voll gerne. Deswegen gefällt mir diese Kette hier, die ich heute trage, total gut. Die ist von Grete Winzer. Ich finde die einfach perfekt. So filigranes Händchen mit so einem kleinen Medaillero vorne dran. Eigentlich perfekt für jedes Outfit. Kann man auch gut mit, ja, anderen Tönen, sagen wir mal Silber oder so kombinieren. Ich trage ja auch andere Fingern. Gold und Silber gemixt. Und da finde ich, passt die Kette ganz gut dazu. Als nächstes meine neue Lieblingstasche. Vielleicht hat der eine oder andere von euch schon bei mir bei Instagram oder so gesehen. Ich habe mir dieses Schmuckstück hier von Celine gekauft. Das ist die Boxback von Celine. Und ich liebe ja Leo über alles. Und ja, als ich die entdeckt habe, da musste ich einfach zuschlagen. Ich finde die so schön. Das ist mein neuer Alltagsbegleiter. Mit hier so einer Klappe. Und ist eigentlich relativ geräumig. Also hat drei Innenfächer. Ein kleineres und zwei größere. Und auch ein Stauraum für Handy und Kleingeld mit einem Eisverschluss. Richtig praktisch. Und man kann sie länger drüber, also so Crossbody tragen. Und aber auch über eine Schulter nur. Ja, und sich wie die meisten oder die anderen Taschen von Celine aus so einem ganz schönen weichen Leder. Und ja, einfach ein kleines Traum kann ich mir zum Beispiel. Als nächstes ein technisches Snapchat. Wenn man viel unterwegs ist, viel auf Snapchat aktiv ist oder viel bei Instagram ist und allgemein viel am Handy ist, kommt man um einen Gegenstand nicht drum rum, um eine Powerbar. Und ich habe echt schon viele Powerbars ausprobiert. Und ich hatte ja mal so eine ganz schöne in so einem Logo wie ein Chanel Puder. Das hat leider dann der Emilian runtergeschmissen. Das sah zwar schön aus, aber es war relativ unpraktisch, weil es recht groß war. Und ich habe mir jetzt einfach immer diese kleinen Helferchen von Intenso in die Tasche gepackt. Da habe ich mal so ein Geschenk von Intenso bekommen, da waren ein paar Powerbars drin. Und ich muss echt sagen, die haben es total in sich. Die sind total klein, passen überall rein und laden so wahnsinnig gut. Also ich habe zwei oder dreimal, musste ich jetzt erst am Stück aufladen, aber die waren noch nie komplett leer. Und ich glaube, da würde auch noch mehr gehen. Also kann ich absolut empfehlen. Die sind voller Power und halt wirklich ganz praktisch, handlich, passen in jede Klatsch, in jede kleinste Tasche rein und nehmen halt nicht viel Platz weg. Und zum Abschluss noch ein, ja was für den Schreibtisch fürs Homeoffice oder auch für Schüler oder Studenten. Und da habe ich mir von oder nicht oder doch ein paar Sachen bestellt. Und hier einen Tischkalender. Ich finde den total süß. Der hat hier so eine Wochenansicht. Und man kann, das ist nicht an ein Jahr oder so gekoppelt, sondern man kann selber eintragen. Den ist jetzt in dem Monat, ich bin jetzt hier im Monat August. Und was hier so diese Woche ansteht, kann man dann einfach da reinschreiben. Also den benutze ich jeden Tag. Und dann habe ich mir noch eine ganz, ganz süße Schreibtischunterlage gekauft von oder nicht oder doch. Die guckt so aus. So groß wie es ist. Die ist super praktisch und total schön. Nur leider ist sie zu groß von meinem Schreibtisch. Deswegen ist sie jetzt im Moment noch unbenutzt. Aber ich habe mir jetzt einen neuen Schreibtisch bestellt. Der dauert zwar noch ein paar Wochen. Aber wenn dann der neue Schreibtisch drauf ist, kommt als allererstes die Schreibtischunterlage. Und ja, dann kommt sie zum Einzelnen. Gänse mir rum. Das war es auch schon mit meinen Monatsfavoriten aus dem August. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielleicht war die ein oder andere Gruppe für euch dabei. Vielleicht ist ja was dabei, wie zum Beispiel der coole Selbstbräuner oder so. Wo ihr sagt, hey, das hätte ich auch gerne. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lassen würdet. Oder einen Kommentar. Ich verlinke euch die Produkte natürlich in der Infobox. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder einsteigt. Bis dann. Ciao. Nur stirbt. Nur stirbt. Hallo Leute. Ah, mein Lippo. Sorry. Was haben wir von draußen? Wie bitte? Hammer. Hammer. Du bist einfach ha-doppel-m-m-heer. Hammer, yeah. Außer mir und Mama. Das ist toll. Das ist blöd. Habe ich irgendwas blödes gesagt? Boah, ist das geil. Ich schimpelte so gar nicht mehr. Das macht das gar gleich gut rein. Dann als nächstes, ähm, eigentlich frage ich ja selten Ketten. Also ich trage ja meistens... Pupps. Findest du mein Video langweilig, oder? Nein, aber du hast vergessen, Pokémon zu erwähnen. Pokémon, meine Power-Bag. Ah ja, stimmt. Die Power-Bag braucht man natürlich auch, wenn man Pokémon sammelt will. Willst du noch was sagen für die Autor? Ciao.